Ja, für mich persönlich ist Sporthilfe natürlich eine Vergangenheit, eine grosse Vergangenheit. Die Bedeutung der Sporthilfe ist, glaube ich, nie so gross gewesen wie in der heutigen Zeit. Es ist für mich das Netzwerk im wörtlichen Sinn, also so wie ein Auffangsnetz. Es ist deshalb unbestritten, weil es ja eine neutrale Organisation ist. Neutral so gewesen, dass es nicht vom Markt abhängig ist, von einer Sportart, von der Marketingfähigkeit für eine Sportart, sondern dass es eine ganz neutrale Unterstützung ist und eine absolute Notwendigkeit für alle jungen Talente, die ihr Leben eigentlich am Leistungssport verschrieben haben, die Leistung bringen wollen, die sportliche Leistung bringen wollen und in diesem Sinne auch in Zukunft ein wichtiges Beispiel für unsere Jugend sein. Zum 40. Geburtstag wünsche ich der Sporthilfe, selbstverständlich, 40 Mal mehr Geld. 40 Mal mehr Medaillengewinner, weil das merkt man immer wieder an grossen Anlässen wie Olympischen Spielen, dass halt auch für die ganze Schweiz der Erfolg extrem wichtig ist. Ich glaube, jeder Schweizer tut sich auch ein bisschen mit dem Erfolg identifizieren. Ich wünsche allen zusammen alles Gute und ein schönes Fest. Ich wünsche euch, dass ich die Ich wünsche euch, dass ich die